Im Lorenz Hotel Zentral ist jeder Gast herzlich willkommen. Das Haus befindet sich im Herzen der Nürnberger Altstadt und ist ein idealer Ausgangspunkt, um diesen historisch interessanten Ort gemütlich zu Fuß zu erkunden. Nicht nur bei Städtereisenden sind die geschmackvoll eingerichteten Einzel- und Doppelzimmer sehr beliebt, welche allesamt mit Dusche, WC, TV und Telefon ausgestattet sind. Auch zahlreiche Geschäftskunden nutzen vor allem bei Messeveranstaltungen regelmäßig die zentral gelegene Unterkunft, auf Anfrage mit WLAN-Zugang. Durch die Kooperation mit einem nahen Parkhaus erhalten Sie auf Wunsch außerdem einen sicheren Stellplatz für Ihr Fahrzeug. Bei einer späten Anreise steht zudem ein eigenes Schlüsselausgabesystem mit Nummerncode zur Verfügung. Egal ob Sie alleine oder mit Familie anreisen, im Lorenz Hotel Zentral erwartet Sie ein freundliches Team, das Ihnen stets einen angenehmen Aufenthalt bereitet. www.lorenzhotel.de